Was geht Leute? Willkommen zu einem neuen Video. Heute machen wir eine Freekick Challenge und der Verlierer kriegt Arschschießen und muss seine besten Schuhe verlosen. Die haben wir gerade sogar an und das sind nicht die ältesten Schuhe. Alles Topmodelle, alles neue Schuhe. Was sind denn die Regeln, mein Freund? Wir haben drei Positionen wie immer. Das erste Tor gewinnt, man darf nachziehen. Mehr gibt es doch gar nicht zu sagen. Let's go! Man muss aber sagen, wir haben einen kranken Kiel. Er hat schon bei den Champions League. Premier League. Wie? Premier League. So, ich fange an. Erster Schuss und ich würde sagen 1 zu 0. Aber das ist jetzt 1 zu 1. Ich würde sagen, ich hau ihn einfach mal rein. Ich würde sagen, ich hau ihn einfach mal rein. Ich dachte, wir haben Bundesliga-Torwart im Tor. Zweiter Schuss, erstes Tor. Die anderen beiden dürfen auch nachziehen. Aber so wird das eine echt schnelle Challenge. Und ich will die Phantom Venom. Ich will die behalten. Ich brauche die für solche Tore. Junge, das ist ja auch unfair. Du triffst ja auch quasi Precision Power hier. Guck dir das mal an. Die fehlt mir einfach. Ja, das ist die Venom Precision Power. Jungs, könnt ihr kurz weggehen? Ich wollte kurz Torschisch. Okay. Okay. Super sorry, what the fuck have you created? Okay. Es gibt zwei Optionen. Entweder der Ball geht in den Winkel oder er flattert so sehr, dass der Tor hat Angst bekommen. Wie bei Lukas Schuss. Bei meiner war ich immer noch den Winkel einfach. Schließlich. Welche Option von den beiden? Der Tor hat Angst bekommen und aus dem Tor gelaufen. Okay, nächste Position. Nächste Position jetzt genau von der Mitte. Ich fange wieder an. Ich habe eben die erste Runde gewonnen mit zwei Schüssen und jetzt hoffe ich, dass ich so weitermachen kann. Wie viele davon waren Glückstreffer? Der erste Schuss war gut. Okay, hier sehen wir den eigentlichen Skill-Umfang von Lukas Kupol. Ja, ich muss sagen, ich war ein bisschen überheblich gerade. Er war verdient. Jetzt der Felix wahrscheinlich. Wow! Okay. Goalkeeper on fire! Oh! 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 Ich auch manchmal, ne? Ja, wirklich auch. Der wär stark gewesen. Man muss sagen, Lukas hatte der letzte Schuss war gut, aber... Oh ja, der war halt mehr. Oh, da wollte er richtig ekligen, dreckigen reinmachen. Oh! Ich bin schon raus. Ihr könnt machen, wer jetzt wollt, ich bin schon raus. Wenn ihr beide trifft, dann geht's weiter. Okay, aber dann schießt man sozusagen gegen den, der trifft. The same story, every time and every place. Uh, Jujudi. The same story, every time and every place. Can we be playing record? It may look like paradise. Hey, Mann! Warum stehst du so weit? Lukas, ja? Mach es! Links oder rechts? Wohin willst du den haben? Links! Super! Geil! Dort, wo Lukas schon zweimal getroffen hat. Lukas, was ist denn mit dir los? Schade, ey. Du sollst öfters ein bisschen Hass trinken. Okay, warte. Musik Also heute relativ viel Essen, Jungs. Wir haben jetzt eine Konstellation, die sogar die Driftposition... 1, 1, 0. Aber was passiert, wenn er jetzt gewinnt? Dann sind wir alle drei gleich. Wenn er gewinnt, würde ich sagen, wenn er Elfmeter schießt. Jeder hat ein Leben. Aber nur, wenn du jetzt triffst. Und wir treffen nicht. Wenn einer von uns trifft... Dann ist Felix dran. Dann könnt ihr den Adidas X gewinnen. Alles klar. Let's go. Lukas macht dort weiter, wo er aufgelastet hat. Was ist denn mit dem... Oh! Wenn nicht... Oh! Wenn nicht... Oh! Wenn nicht... Schlecht! Wenn nicht... Die Fans von dem Bundesliga-Kicker... Und jetzt ist sie bloß stellen. Oh! 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 Is das so warm? Is das so warm? Woah! Aber dass das so geil ist! Ja! Ah! 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 Wir haben ja drüber gelacht, dass Konsi kein Tor schießt, aber ey Felix, wie viele Tore hast du heute geschossen? Keines. So Leute, die Challenge ist vorbei, wir haben einen klaren Verlierer und einen knappen Sieger, würde ich sagen. Ja, das stimmt. Ey, es war einfach so schlecht heute von mir. Sorry Leute, tut mir echt leid, das seid ihr nicht von mir gewohnt, aber es gibt so Tage. Trotzdem könnt ihr jetzt meine Schuhe... Aber die Tage gibt es ganz schön oft, oder? Ne, finde ich nicht. Ne? Aber ihr könnt als Entschuldigung diese Schuhe gewinnen und was ihr dafür tun müsst, ist einfach auf Instagram ein Video von euch hochladen, wie ihr es besser macht als ich heute. Und bitte den Hashtag KopfhochFelix darunter schreiben und schon habt ihr mitgemacht. Und der beste Schuss wird wahrscheinlich mitgemacht haben, dieses geile X18 Paar zu gewinnen. Ganz genau. Leute, bleibt ihr immer sportlich. Jetzt kommen noch die Bestrafung. Uiuiuiuiui. Ne, sind wir nicht fertig für heute? Felix, Hose runter. Mit Hose an, sonst gibt es FSK 18. Okay. Aaaaaaaiiii! Aaaaaaauuuuutsch! Zu fänd, Manni. Haben wir einen Bundeskanzler-Kiefer noch? Ja. Einfach treffen, einfach treffen. Einfach abziehen. Baaaaaah! Aaaaaaah! Aaaaaaah! Junge! Notwagen! Notarzt! Schnell! He died! Aaaaaaah! Herzdruckmassage, Jungs! Ey, sorry, Kassel. Meine Schuhe gibt's doch nicht! Mach so gut, Kassel. Alter, kein Bock mehr auf den Weg. Jetzt, Alter!